Psch, ja Leute, was geht, herrsch, mit einem wunderbaren Video, Stein, bitte, das muss ich sein, Leute, wir haben ein kleines Battle vor, auf der Spielwiese, und zwar werde ich heute ein kleines 1 gegen 1 gegen Alpha-Fan machen, ich würde sagen, Stein, auf geht's, Dicke, was? Was, aufhören, warum, Dicke, da sind irgendwelche Random Spines, dann sind aber Random Spines, Stein, warum möchtest du immer wieder mit fremden Leuten spielen, da sind Random Spines drin, das ist sau nervig, und dann willst du ein 1 gegen 1 machen, auch, alles klar, Gut, Leute, wir spielen heute ein 1 gegen 1 mit Randoms in der Lobby, keine Ahnung, Alpha-Stein ist heute mit dabei, macht dich bitte bereit, Dicke, und dann können wir, ist doch auffüllen, Alter, was, nein, Dicke, jetzt hör mir auf, fang nicht wieder damit an, bitte, fang nicht wieder damit an, macht ihr aber ready, wir spielen unsere 1 gegen 1 runter, Dicke, ich möchte für die Gamescom vorproduzieren, also, auf geht's, es ist auffüllen angemacht, Stein, bitte, Leute, ich hoffe auf jeden Fall heute wieder mit Michael-Jackson-Skin am Start, wie gesagt, wundert euch nicht, wenn die Videos mit alten Skins momentan gespielt werden, denn es ist Gamescom, ich habe alles vorproduziert, von daher, alles easy, Jetzt sind ja irgendwelche, hallo, you speak German? Ja, man, how are you? Bro, you guys speak German? No, I only speak English, I'm Italian. Okay, Stein, okay, let's go, lazy links and have a big party, okay? Do you eat, do they? Are you French? No, we're Germans. No, French, eh, Chimapé, it's a... Shut up, please. Oh, shut up, you shut up, please, man. Stein, Stein, kannst du mir erklären, warum wir das jetzt schon wieder machen, Bruder? Ben, I know how you feel, it's not good, man. What are you guys trying to build? You want to build something? Yeah. Okay, let's meet up in lazy links, okay? Good materials and stuff. You want to be friends with me? Stein. Hello. Stein, ich glaube, die wollen nicht. Bro. What the effort? Äh, Killer, Killer. Yes? Ben, please talk, how old are you? Stein, hör doch auf die anzuschreien. I am no English. Okay. I am no English. Killer, you want to have free V-Bucks? You want free V-Bucks? Okay, you got an English keyboard? Yeah. Okay. You got the key Alt, A, L, T, and you got F4? Yeah. Okay, spam it like five times and then type in the numbers 1568910. For real, it works. You got like 500 V-Bucks for free. Are you... Bro, I'm a data miner. I'm a hacker. I can tell you. Okay, thank you, man. Just try it out. Try it out right now. Yeah? Bro. Fuck. Bro? Hello? Killer? Killer? Nein. Killer. Killer. Mann, Rü, es ist voll gemein. Digga, es hat aber geklappt. Yo, Killer. Ja, voll fies. Killer. Dieser Typ so... Stein, wollen wir das nochmal versuchen? Macht dir sowas Spaß, sowas Gemeines? Stein. Stein. Also, möchtest du jetzt... Möchtest du lieber Freunde suchen? Das war zu fies. Guck mal, jetzt ist der weg. Der wollte mit uns spielen. Ja, aber ich meine, ich hatte eine geile Zeit deshalb. Ist doch auch schön, oder? Hä? Stein. Stein, pass auf. Wir gehen jetzt nochmal in den Lobby und dann versuchst du das auch mal, okay? Okay, los geht's. Dass das immer noch funktioniert, Alter. Das ist so gemein. Es geht in. Hä? Wie kann man dein Alt-F4 nicht kennen, Alter? Wie kann das denn niemand kennen, Junge? What the fuck? Okay. Hey, Ian. Stein, pass auf. Dieses Mal, dieses Mal. Dieses Mal musst du den Leuten erzählen. Wir warten jetzt einfach mal ab, wer hier reinkommt. Gabi Philippe klingt auf jeden Fall französisch und Raph-Hap auch. Das könnte schwierig werden mit der Sprache. Hallo. Oh, no, oh, no. Hallo? Dubai? Hallo? Dubai? Dubai? Shut up. Shut up, no. Let's get up, Jungs. Hello. What's up, man? Do you speak English? No. A little bit English? Shut up, you are stupid. Warum beleidigst du? Do you speak English? I can give you free V-Bucks. I can give you free V-Bucks, if you want. No. Shut up. Bro, easy trick, glitch. Shut up. Shut up. Don't scream. You are stupid. Do you want free V-Bucks? Shut up. We understand. Also das mit denen, das funktioniert nicht. Die wollen die gratis V-Bucks wirklich nicht haben. Wisst ihr? Ja, ist gut. Ihr seid ganz ehrlich, ihr seid ganz ehrlich schuld. Wenn ihr die gratis V-Bucks nicht haben wollt, der Trick ist so einfach. Ihr müsst nur, ihr müsst nur einmal ausprobiert haben, aber gut. Nochmal ganz kurz. Bevor mir jetzt jemand dumm kommt und sagt, ey, ihr zerstört den Computer von denen. Alt-F4 macht nichts außer die Anwendung zu schließen, Leute. Das hat keinen Schaden für den Account, für den PC oder irgendetwas anderes. Davon gehen weder die Statistik noch der PC kaputt. Also alles easy, okay? Alles, alles easy. Wirklich. Ja. Hallo, guys. Mr. Creeper 56, Digga. Ja, moin. Das kann auf jeden Fall witzig werden. Mr. Creeper! Will you play Minecraft? I have server. Hello, hello, mother fucker. Do you speak English? What's up? Yes. Okay, bro. I'm a hacker. Trust me, okay? I'm a hacker. Hello. No, he isn't. Einfach, Stein, hör auf, meine Glaubwürdigkeit zu untergraben. Should I show you how to get free V-Bucks? Very, very easy. Very easy. You type in something on your... Do you want to have a free skin? Free. Hallo, Shrevy. Woran wartest du? Ich glaube, ich weiß nicht, was mit diesem Typen hier ist. Stein, der rennt mir die ganze Zeit hinterher. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Mr. Creeper. Okay, Stein, der rennt mir die ganze Zeit hinterher. Ich gehe jetzt mit ihm nach Lazy Link. Und dann fahren wir den ins Wasser rein, okay? Stein, mit dem Auto. Heavy. Ah. Komm, der kommt mit mir. Hast du ein Auto? Nein, wir holen uns hinten bei Lazy Link. Das ist alles gut. Wenn keiner Free V-Bucks will, dann verarscht die Leute halt anders. Das ist mir jetzt auch egal. Du bist gemein. Ich bin nicht gemein, ich bin rechtschaffend. Das bin ich. Ich möchte nur, dass jeder darüber aufgeklärt wird, wie unglaublich gefährlich ist es, Free V-Bucks gescammt zu bekommen, ja? Seid froh, dass ich nur eure Anwendung schließe, meine Freunde. Ich könnte es auch anders machen, ja? Ist der immer noch hinter mir? Ja. Okay, gut. Wir holen uns jetzt ein Auto, Stein. Und du musst dann rechtzeitig aussteigen, okay? Okay. Gut, Stein. Der eine ist hier mit dem Auto drin, ist gleich. Mr. Creeper. Stein, der weiß nicht, wie man einsteigt. I. Push I. Perfekt. Mein Creepy. Kommt der andere mit oder nicht? Okay. Okay, Stein. Das ist der Lama. Stein, du musst rechtzeitig rausspringen, okay? Ja, sag mal. Ja, das wirst du schon merken. Der arme Typ, Alter. Okay, Stein, raus. Hehehe. 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 Dieser Trottel, Alter. Hehehe. Hehehe. Warte, ich lasse Mr. Creeper wieder einsteigen. Was macht der? Hehehe. Der fühlt sich verarscht. Nein, der fühlt sich nicht verarscht. Der schlägt nochmal ein. Das Windfahrt, bitte. Das wollte ich machen. Hehehe. Ja, er fliegt. Hä? 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 Er läuft übers Wasser. Lol. Nein. Hehehe. Ja, Leute. Das klappt auf jeden Fall super, Stein. Wir versuchen das einfach in der nächsten Lobby nochmal. Mach dich ready, Stein. Ja? Irgendwann wird nochmal jemand drauf reinfallen. Ich sag's dir, Stein. Diesmal bist du dran, mit jemandem zu verarschen. Okay, Stein? Hehehe. Dort, das schaffst du, Stein. Du bist vom Grund auf böse. Ich kenn dich. Warum? Wegen Karma? Ja. Nein, Stein. Vertrau mir. Wer viel Gutes tut, der kann nochmal was Schlechtes tun. Tschüss. Hallo, Mann. Oh, oh, oh. Hallo, Mann. You're good? Hallo, Ninja. Hallo. Wie geht's, Mann? Hallo. Wie geht's, Mann? Hey. 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 Ich fühl mich so schade, weil ich Kinder verarsche. Hehehe. Yeah, babe. Ich bin Team 4. You what? Ich bin Team 4. Ich bin Team 4. Ich bin Team 4. Nein, warte, 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 warte. Guys, do you have V-Bucks? Oh, I have no V-Bucks. I bought some V-Bucks. Do you want? Do you want to have a V-Bucks? Bro, bro, bro. We are hackers, okay? We are hackers and we can give you free... We have a trick. We have a trick for free V-Bucks. Are you a YouTuber or something, sir? Because that voice is from... No, 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 no. No, no, no. No, he's not a... He's using a voice changer because he's hacking, you know? Okay. It's a hack. It's a hack. It's a hack. A voice chat hack. Hey, friends. Friends. Look at me. Look at me. Hey, look at me. I found you a car. Very, very cool. Hey, you're frosted skin. Please, uh, 10,000 bucks, please. Do you have... Do you have a keyboard? Keyboard? Keyboard, yes. Keyboard. On your table. Keyboard, you know? I'm not a keyboard. Do you have... What can you do? Hey, you're a broad skin. You're a hacker. He is a hacker as well. He is voice changing. You're a friend. Hey, you're a friend. Yes, we know. We know. We both... We're both hackers. Good, good. Ah, 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 ah. We're hacking. Okay. Mega. Yes. Do you have a L T on your keyboard? Yes, I have it. And do you got a F4? F4 on your keyboard? Yes, I have it. Okay. I'm not doing a A4. No, no, no. Bro, 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 bro. Type. You just type. Bro, okay. I don't trust you. Bro. My friend is a YouTuber with 10,000 subscribers. And he does this troll to everyone. Alferstein, what are we doing here? Ich komme für die Videos am Handy. Stein, kommt zurück. Wir müssen Kinder verarschen. Ja, Leute. Nicht jeder kriegt die Gratis V-Bucks. Er hat es verstanden und meinte, oh, das Spiel crasht. Du verarscht mich ja nur. Hey, ist ja nicht wahr, Leute. Ich meine, ganz ehrlich, glaubt ihr, ich habe die ganzen V-Bucks gekauft? Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Warum sind hier eigentlich nur Leute mit Standard-Skin, Alter? Wegen Standard-Skin. Ah, okay, nice, macht Sinn. Venni, you have a headset? Ja. Do you speak English? Yeah. Bro, short question. Do you know, do you have V-Bucks? Ah, yeah. Do you want to have free V-Bucks from me? Yeah. Okay. Do you have a key called ALT, ALT? You have it? Yes. Okay, do you got F4? Yes. Okay, bro. If you push both keys together and type in 1, 2, 8, 0, 0, 5, you're gonna have 500 free V-Bucks. It works. I know, it doesn't work. Ja, Leute, also irgendwie scheint es so, als wird keiner die V-Bucks haben wollen, Stein. Ich glaube, dass Stein, wir versuchen jetzt noch ein letztes Mal, dir ein paar Freunde zu suchen online und ein paar Leute zu trollen. Und dann beenden wir das hier auch, Leute, weil ich hätte ja nicht gedacht, dass der eine Typ da wirklich drauf reinfällt. Aber scheinbar hat es dann doch nochmal funktioniert. Aber wie ihr gerade schon merkt, sind die meisten Kinder natürlich glücklicherweise sehr aufgeklärt in Fortnite, abgesehen von dem Kerl am Anfang. Und wissen natürlich, dass das hier überhaupt nicht in Ordnung ist, was wir hier tun und wissen, dass sich das Game dadurch schließt. Von daher, also eigentlich kann dir theoretisch nichts passieren, außer, dass du halt Free V-Bucks bekommst, was ja eigentlich ganz geil ist. Aber ich bin da. Leute, ich würde sagen, das war es von diesem wunderschönen Video. Alpha Stein und ich haben ein paar Kinder in Fortnite verarscht und sollten uns jetzt fühlen wie das letzte Stück Scheiße. Tun wir auch beide. Das war es davon. Und ich bin damit raus, wir sind auf der Gamescom, ich küsse eure Augen, rechts, links, oben, unten. Gut, schade, dass die meisten Kids nicht drauf reingefallen sind. Ich meine gut, dass die meisten Kids nicht drauf reingefallen sind, weil, äh, traut niemals den Leuten im Internet, ne? Auch nicht mir. Also, in diesem Sinne, schaut bei Alpha Stein vorbei, lasst ein Däubchen nach oben da, küsst eure Augen. Wir sehen uns die Tage, macht's gut, hallo rein, ciao, ciao. Okay.